Oh jo, hey, herzlich willkommen hier in unserer Schlafklinik. Mein Name ist Dr. Justin, ich werde dir heute beim Einschlafen, beim Entspannen helfen. Ja, wer bist denn du überhaupt? Ja klar, ich erinnere mich, wir hatten letztens telefoniert, äh, letztabend, wenn ich mich gut erinnern kann, genau, das waren sie. Ähm, wir hatten telefoniert, sie hat mir ein paar Sachen erzählt über sie, dass ihnen sehr viel Schlaf fehlt. Ähm, ich werde heute versuchen, mal ein paar Tests an ihnen durchzuführen, keinesfalls schlimm oder sowas. Ähm, ich werde heute versuchen, sie zum Entspannen zu bringen. Sie sagen mir natürlich, ob das Ganze hier in der Schlafklinik was gebracht hat oder nicht. Ähm, und ich, Justin, werde dir heute helfen. Ich hoffe, dir geht's natürlich gut, wie fühlst du dich, bist du sehr müde, ähm, oder ist alles fit gerade? Okay, du konntest leider letzte Nacht nicht so gut schlafen, ja. Ich hoffe, wir können das Ganze jetzt nachholen und du wirst dann gut schlafen oder entspannen. Ich habe heute ein paar Tests für dich. Ich werde, ähm, erstmal natürlich das Wichtigste, deine Ohren, ich werde dir gleich ein paar Kopfhörer geben. Die wirst du dann aufsetzen und, ähm, dann werde ich verschiedene Gegenstände nehmen und ein paar Sounds machen, die du dann auf den Kopfhörern sehr, sehr intensiv hören wirst. Ganz viel Spaß, entspann dich einfach, leg dich schon mal dorthin, ähm, und setz die Kopfhörer auf, ja. Dann fangen wir direkt an. Davor, ein Moment, davor ziehe ich mir noch eben hier, äh, die Handschuhe an. So. So, dann hier noch den Handschuh hier. Okay. Okay. So, ich werde jetzt erstmal dein Gesicht ein bisschen abtatschen, ja, ähm, und schauen, ob alles passt. Okay. Okay. Okay, hier mal schauen. Hier mal schauen. Hier. Dann hier. Hier. Tut das weh? Okay, alles klar. Okay. Dann hier. Wenn ich jetzt hier, auf der Seite, hörst du das auf dem Kopfhörer? Sag mir mal, welche Seite das ist. Richtig. Auf welcher Seite ist das jetzt? Welche Seite? Richtig. Letzter Versuch. Letzte Seite. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Diesen Test hast du schon mal bestanden. Ähm, abgetatscht habe ich auch so gut wie alles jetzt. Ähm, müsste auf jeden Fall alles, 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 alles passen bei dir. Ja. Ja, okay. Dann passt alles dann. Jetzt leg dich hin. Entspann dich und ich werde gleich bei dir sein, ja? Sehr gut. Okay, jetzt bin ich bei dir und du müsstest jetzt auf das auf jeden Fall hören, den Gegenstand. Mach die Augen zu, schau nicht zu mir, sondern genieße die tollen Geräusche. Die老師. Okay. Okay. Das kommt jetzt auf dein Kopfhörer auf einer bestimmten Seite. Ich würde sagen mal bitte, auf welcher Seite es ganz kommt. Richtig. Auf welche Seite kommt es jetzt? Richtig. Auf welcher Seite jetzt? Richtig. Okay. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal etwas intensiver in dein Ohr hinein, ja? Aufgepasst. Auf das andere. Auf geht's. 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 Und wieder eine Ohr. Eine Ohr. Und das andere Ohr. Ich sehe, du entspannst dich schon sehr, sehr gut. Einfach weiterhin, weiterhin, weiterhin so bleiben und dich entspannen. Und wenn dir das Ganze natürlich am Ende geholfen hat, dann schreib mir das auf jeden Fall per YouTube, Instagram, wo auch immer. Oder lass einen Daumen nach oben da. Und abonnieren natürlich. Mega Support. Kannst du einfach gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort gibt es hunderte von Videos über sowas. Und dann kannst du das jeden Tag anhören. Und für es vielleicht, wer weiß, kann sein, kann nicht sein, gut einschlafen. Nur zur Info für dich, dass du es auch weißt. Bis zum nächsten Mal. einer Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war jetzt Der Test, Test 1 Nicht mich anschauen, sondern Weiterhin Einfach auf meine Stimme Auf meine Stimme, konzentriert Als nächstes, ich habe heute nur raschelnde Geräusche dabei, dass das wirklich sehr intensiv für dich ist Errätst du denn vielleicht, was das für ein Gegenstand sein könnte? Okay, das ist jetzt Das ist jetzt hier ein Tanto Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, Tick, Tick. Tick, Tick, Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Okay, so, als nächstes hab ich vor, auch ein bisschen ein kleines raschen auf welches ohr kommt dieses Geräusch? auf die andere Seite einschlafen 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 Das war's für heute. etwas sträucheln Perfekt, somit lasse ich dich jetzt noch einmal ab du kannst jetzt sehr gerne wieder deine Augen aufmachen du siehst sehr sehr tiefenentspannt aus hat dir das ganz was geholfen hat es gewirkt oder eher nicht ok, das freut mich natürlich zu hören du kannst wie gesagt einfach mal meine ganzen Kanäle abchecken ich gebe dir dann nachher noch einen Flyer mit dir da siehst du meine ganzen Social Media Accounts und ich werde dich noch eben etwas anfassen kurz und dann kann es natürlich auch schon gehen ich will dich nicht hier länger aufhalten also dir hat es natürlich gefallen dann ist wieder etwas anderes danke, danke freut mich mega na klar, wenn du wieder kommst dann einfach sagen ich möchte zum Doktor Justin dann, der ist immer da ich bin immer am Start für euch für dich natürlich und, ja gut dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast betatze ich jetzt noch eben das Ganze und so okay okay hope to okay das nicht das past 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 okay Okay, ich bin sehr zufrieden mit dir, er warst ein sehr ruhiger Patient, war sehr, sehr gut mit dir, hat mich gefreut, perfekt, danke dir Kuss und bis zum nächsten Mal melde dich einfach Dr. Justin, wie gesagt, telefonisch erreichbar, wie auch per Social Media. So, sehen wir uns, hau rein, gute Nacht dir, schönen Tag dir und gute Nacht. Ciao, ciao.